Comedian Tane Schafachczek und Sängerin Juliette Schopmann haben im Februar dieses Jahres geheiratet. Jetzt sprechen die beiden erstmals über ihre Liebe. Tane und Juliette Schopmann plaudern in ihrem Podcast Fühlvergnügen über ihre Beziehung, was ungewöhnlich ist, denn die beiden hielten Privates bisher sehr für sich. Die lesbische Komikerin nutzt die Gelegenheit, um ihrer Ehefrau eine wunderbare Liebeserklärung zu machen. So habe Juliette ihr Leben sehr verändert. Davor habe sie nur existiert, aber man hat nicht gelebt. Durch Juliette fühle sie sich endlich vollständig. Jetzt ist es das erste Mal so, dass man sich auf die Zukunft freut, setzt die 31-Jährige glücklich fort. Ihre Ehefrau pflichtet Tane bei, und früher war es immer nur panisch. Die beiden lernten sich durch ihre Jobs kennen. Wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt. Du hast mich für meine Sendung in der ARD gecoacht. Ich hab mich sofort verknallt, schwelgt Tane in Erinnerungen. Die Gefühle waren schnell beidseitig. Bald war Tane und Juliette Schockmann klar, dass sie zusammengehören. Wir sind noch gar nicht so lange zusammen, haben aber sofort den Sack zugemacht, erzählt die Comedian zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020